Magische Bilder Die Kraft der Amulette Meine Liebe, ich freue mich, die Magie der Bilder von Geistern, Amuletten, Ritualen und Bildern der subtilen Ebene mit Dir zu teilen. Durch diese magischen Bilder fließt Energie zu Dir. Spüre es jetzt. Schau auf dieses magische Bild. Hier werden die Geister dargestellt, die bereit sind, jeden anzugreifen und besonders Neugeborene. Denn wenn ein Mensch auf diese Welt kommt, ist er rein. Er hat eine so reine und helle Energie, dass er ein Leckerbissen für alle bösen und dunklen Geister ist. Deshalb werden Kleinkinder in den ersten Tagen nach der Geburt aus Angst vor dem bösen Blick niemandem gezeigt. Ein Kind ist sehr verletzlich und es ist wichtig zu wissen, wie man seine eigenen Kinder richtig schützen kann. Denn wenn Du dies nicht tust, werden sich dunkle Geister auf Deine Kinder stürzen und es angreifen, wodurch es aggressiv, süchtig nach Computer spielen oder ganz umgekehrt passiv oder desinteressiert am Leben wird. Wenn Du Dir ein gutes Schicksal für Dein Kind wünschst, wenn Du möchtest, dass Dein Kind am aktivsten, glücklichsten und fröhlichsten ist, wenn Du möchtest, dass es seine Fähigkeiten und Talente entdeckt und sich in diesem Leben verwirklicht, dann brauchst Du die Hilfe heller Geister und Engel. Wo kann man sie aber erlangen? Um Kontakt mit den hellen Geistern aufzunehmen, ist es natürlich notwendig, Dich an die Leiter der Kraft zu wenden. Und wenn Dir der Leiter der Kraft ein Amulett oder einen magischen Talisman für Deinen Liebsten, Verwandten oder Dein Kind schenkt, dann wird dieser Talisman Engel und helle Geister anziehen. Es könnte auch sein, dass ein heller Geist in ihm bereits lebt und dann wird Dein Kind, Dein geliebter Mensch, immer beschützt sein. Die Energie des Glücks und der Seligkeit wird zu ihm strömen. Auch wenn Du dieses Amulett ihm nicht weitergeben kannst, wird die Energie durch Deine Verbindung zum Amulett und Deine Gebete für Dein Kind, für Deine liebsten Menschen trotzdem zu ihm strömen und Engel werden ihn schützen. Und dann, meine Liebe, werden Deine Lieben, Deine Tochter, Mutter, Dein liebster Mensch, Sohn, Vater und Ehemann alles in diesem Leben bekommen, was auch immer sie sich wünschen. Sie werden sich selbst verwirklichen, einen erfolgreichen Job finden, alle Talente und Fähigkeiten entdecken und Dich mit ihren Erfolgen begeistern. Du wirst die Glücklichste in dieser Welt. Wenn Du es willst, wenn Du ein gutes Schicksal für Deine Liebsten wünschst, nimm die Unterstützung der hellen Kräfte an und dann werden in Deiner Familie immer Glück, Wohlstand, Reichtum und gegenseitiges Verständnis herrschen. Auch wenn Deine Familie und Deine Liebsten gar nicht an Geister glauben oder denken. Dass es keine subtile Ebene existiert, dass man alles in diesem Leben selber erreichen kann und Deine Leidenschaft für Spiritualität und Selbstverwirklichung für etwas Leichtsinniges und Unbrauchbares halten, wird die Energie der guten Geister trotzdem durch Dich zu ihnen strömen. Wenn Du magische Gegenstände hast, wenn Du Schutzamulette für jeden Deiner Liebsten aufbewahrst, wenn Du eine Hüterin und Älteste der Ahnen bist, dann solltest Du viele Gegenstände der Kraft haben, in denen Geister leben. Schließlich sind die dunklen Kräfte immer wach, sie sind immer bereit anzugreifen und sich mit Energie und Emotionen der Menschen zu ernähren, was Streiten, Konflikte und Negativität, Leiden, Krankheiten und Armut provoziert. Dunkle Geister greifen immer an und wir benötigen daher einen mächtigen Schutz. Stelle die Verbindung mit Deinen Gegenständen der Kraft her, bete zu den Geistern, rufe sie und bitte um Gnade. Und dann werden alle, die mit Dir verbunden sind, Deine Kinder, Liebsten, Dein Ehemann, auch unter der Schutzfähre des Lichtes sein, da alleine auf Deinen Ruf hin, allen helle Geister zu Dir beschützen Dich und Deine Liebsten. Vergiss nicht, dass Geister zusammen noch größere Kraft haben, sie werden zu einer Armee aus Licht, die Dich beschützt. Je mehr magische Amulette Du hast, desto besser. Schließlich lebt in jedem von ihnen ein eigener Geist, Geist des Glücks, Geist der Liebe, Geist des Reichtums, Geist der Gesundheit. All diese Geister werden Dich und Deine Liebsten auf jeden Fall beschützen. Wusstest Du, dass helle Geister es lieben, sich nicht nur in magischen Amuletten niederzulassen, sondern auch in tiefgründigen, spirituellen Büchern, göttlichen Gesängen und der Musik der Transformation? Bei unseren Kursen und Seminaren enthält jedes Buch, das Du in die Hand nimmst, einen Hilfsgeist. Ja, ja, Du erhältst nicht nur das Wissen und die Weisheit der Zeitalter, sondern auch einen Talisman und einen Schutzgeist für Dich selbst und für Deine Liebsten und Familien. Und wenn Du die Musik der Transformation hörst, wenn göttliche Gesänge in Deinem Herzen erklingen, strömen helle Geister einfach zu Dir und möchten Dich mit der Energie des Glücks, der Seligkeit und des Wohlstands erfüllen. Spüre es selbst, höre die Musik, teile sie, fülle damit die Räume Deines Zuhauses oder Deines Autos. Höre sie immer unterwegs. Und selbst wenn Du mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder an öffentlichen Orten unterwegs bist, an denen sich viele Menschen aufhalten, wirst Du keine negativen Auswirkungen spüren. Keine böse Energie kann Dich berühren, denn gute Geister beschützen Dich immer. Meine Liebe, wir wünschen Dir Glück, Liebe und Wohlstand. Wir schicken Dir helle Geister. Strecke nun Deine Handflächen zum Bildschirm und spüre, wie die Geister von Orten der Kraft auf Dich zuströmen. Spüre, wie viel Energie, Licht und Liebe jetzt Dein Herz erfüllen. Strecke die Handflächen zu den Seiten, um die ganze Welt zu umarmen. Atme ein und aus, umarme Dich langsam an den Schultern. Spüre, wie Du die ganze Welt umarmst und die Hilfsgeister Dich mit ihren Flügeln umhüllen und schützen. Sei glücklich, Du Wunderschöne! Und wenn Du nun die Unterstützung der Geister haben möchtest, folge unbedingt den Links in der Beschreibung, wo Du Amulette für Dich auswählen kannst. Du hast die Möglichkeit, Dich für Seminare an Orten der Kraft anzumelden und zu den kraftvollsten Orten der Erde zu gelangen. Du wirst dort alle Wohltaten und helle Energien dieser Welt genießen, die Leiter der Kraft kennenlernen und Dich individuellen Ritualen unterziehen. So sei es, sei glücklich! Ruhe! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017